Ich bin Dennis. Das ist Divya. Ich bin Dana. Wer bist du? Darina. Ich bin Delania. Ich bin Gion. Und zusammen sind wir Team Diegmeyer. Hallo, endlich mal wieder ein neues Video von Team Diegmeyer. Juhu, es hat lange gedauert, aber es ist manchmal so, es ist so viel los. Aber jetzt geht es los. Wir fahren jetzt in den Wald. Dennis hat eine Adresse herausgefunden, wo man selber einen Tannenbaum schlagen kann. Das haben wir in Hamburg immer gemacht. Wir haben heute Unterstützung von Dennis' Mannschaftskollegen Sören und Jessie. Die müssen mit sägen, mit schleppen. Das wird sehr witzig. Ich nehme euch mit. Jetzt fahren wir mal los. Mal sehen, was das wird. Hier scheint die Sonne nicht mehr. Immer nur bei uns auf dem Baum. Guck mal, auf dem Berg. Da oben ist der, guck mal, da ist der große Weihnachtsmann. So, wo sind denn unsere fleißigen Helfer? Oh, hier. Die Männer sind schon gut vorbereitet. Wir haben alles dabei. Was ist denn das? Wollt ihr Schlitten fahren? Könnt ihr euch draufstellen hier? Sehr gut. Wir können ja auch verstecken spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich komme. Das ist das verrückte Labyrinth. Das ist das verrückte Labyrinth. Das ist das verrückte Labyrinth. Ne, wir müssen ja... Der ist wirklich nicht schlecht. Aber der hat rechts kaum... Ja, dann kommt das an eine Wand. Wir haben keine Wand, leider. Dann haben wir das Fenster. Ja. Ja, aber der ist nicht... Nee, der geht gar nicht. Der ist meiner so besser. Oder der hier. Der ist auch ganz schön. Der geht gar nicht. Der will sogar beim Tannenbaum auswählen, will er gewinnen. Das ist der Wahnsinn. Meiner besser. Der hier ist doch nicht schlecht. Ja, den hatte ich doch schon. Der ist schön rund. Der haben wir doch schon letztes Jahr. Divi! Ich habe den geholt. Divi, wo warst du? 3 Meter kleiner. Also den finde ich wirklich nicht schlecht. Den halten wir mal kurz fest. Nee, halten wir nicht. Halt du den mal so lange fest. Entschuldigung. Nein. Ich mache jetzt Zeit. Jetzt 1, 2, 3, von rechts. 1, 2, 3, von rechts. Nein, den haben die extra hier versteckt, weil die gesagt haben... Ich finde den Jot ist... Danke, danke. Komm, noch ein Kompliment, Sero. Sag, wie gut der ist. Ja, der ist gut, aber du hast das Beste aus. Was ist denn, wenn wir den rausholen und dann ist er es doch nicht? Kann man den dann einfach wieder reinschmeißen? Ja, also merken fällt der keiner, glaube ich, oder? Wird es auch nicht aufnehmen dann. Nee. Ja, aber man weiß das bei dem halt auch. Das weiß ich ja. Du weißt nicht, wie der von der anderen Seite aussieht. Warte, ich klettere da mal durch. Risikolos sind wir ab und zu mal. No risk, no fun. Man sieht hier gar nicht, welcher... Welcher... Ich finde den... Ich finde den schön von den Nadeln her. Sie gehen alle nach. Ja. Papa, geh da mal lang. Das ist nicht schön. Okay. Der ist hier. Wir stimmen ab. Siegen. 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 Ich bin da gerade durchgegangen. Wir stimmen ab. Nein. Ey, der ist weltklasse. Wirklich. Siegen. 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 Ich enthalte mich. Hahaha. Ja, aber ehrlich, das ist nicht die... Ich will keine Aktien noch im Fehlkauf haben, ja? Ja, los. Wir nehmen den. Ja, was ist, wenn er böse ist? Harte Arbeit lohnt sich, meinst du? Siegen. 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 Wir stimmen ab. Wer ist für den Baum? Wer ist für den Baum? Hahaha. Guck mal, Divi. Guck mal, Divi. Guck mal, Divi. Dallini, bist du auch für den Baum? Divi, du auch? Okay, dann ist das unser Weihnachtsbaum. Yay! Na dann. Ich übergebe das Zepter. Viel Spaß. We want more. Es geht los. Die rote Mütze schon auf wie der Weihnachtsmann. Wah, Pop. Lauter. Pah, Pa, 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 Pa. Ich bin gleich auf euch bespannt, ne? Eure, eure Beine Carine. Pah, 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 Pa, 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 Pa. Hier, das steht doch direkt daneben einer. Der hat sogar schon eine Lametta dran. Pah, Pah, Pa, 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 Pa. Ne, Lametta. In zwei Minuten habe ich den. Ihr habt mit dir und Sonscho? Eigentlich brauchst du die. Du bist eine Pusche, dass du Handschuhe brauchst. Werf mich jetzt nicht, du bist eine Pusche. Leg dir mal ein bisschen Stroh noch dahin, sonst bist du da in der Erde. Nee, dahin legen. Weil das Ding reicht nicht aus, um da die Pusche draufzulegen. Die Säge ist noch kaputt. Du hast die Säge noch kaputt. Ja, falsch rum. Dion, du musst die auch suchen, wenn die sich versteckt. Richtig ist, oder? Ja! Ein Viertel. Ein Viertel? Ja! Warte, die geht gleich. Meinst du, wenn wir jetzt in die andere Richtung machen? Ja, ist gleich durch. Oh ja. Warte! Hey! Honn excuse'! Hey! Marchand 3 Hey! Oh mal, starving! Stark! Aber wie habt ihr damit gesehen? Weiter, 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 weiter. Schreibt mal fest. Okay. Ja. Da unten, da ist spitze. Die spitzen Seite. Pass auf! Wo fährt man das Ding denn? Hier. Das riecht dich so. Vorsicht, Timia. So, in den Baumschampen und dann so. Und die anderen? Du machst das klasse, Timia. Warum festgehalten? Ja. Sind die alle von unten so? Ja, das sägen die noch ab. Das können die noch abgehen. Ich sehe nicht, was vor mir ist, ne? Von unten ist ja echt nicht schön da. Sonst macht das schon Geräusch. Aber die Stelle konnten wir ja nicht sehen, ne? Ja, aber dann... Das sägen die ab, da vorne. Ja. 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 Achtung, jetzt wird's laut. Nein, doch nicht. Wir brauchen einen Knopfwagen. Ja. Ja, das ist oder? Guck mal. Ja. Ja. Ja, die ist nicht so schön. Ja. 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 Der arme Baumei. Hä? Willst du nicht baufahren mit dem Auto? So, ich besser, oder? Nein. Und der Auto ist zu weit weg. Ja. Und der Auto steht bei uns zu Hause. So, danke schön. So, einpacken und abhauen. Danke für nichts. Stevie, komm. Dion, komm. Sören hat gerade gefragt, ob ich nicht vorfahren will. Aber... Wieso einfach, wenn es auch schnell geht? Wir machen das schon. Achtung, Auto! Stevie, nicht laufen mit deinem Becher. So, kommst du auf. Halten wir mal sehen. Papa, darf ich vorne sitzen? Filmst du? Ja. Hast du gefragt, ob er das möchte? Ja. 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 Was hast du? Hä? Ich hab richtig viel... Wie nennen das? Harz. Ja. Unten kommt es heute noch raus. Ja. Das ist auch mal ein Kindersitz von Mama. Ho, 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 ho. Ja. Mama. Ja. Pass auf, die Spitze in der Mitte durch. Ja. So. Einfühlen musst du ja... Ja. Ja, geh du mal zu weit zu der Tür. Was? Leidlich die Tür? Ja. Schau, 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 schau. Nimm ihn an, nehm ihn an. Der muss ja heile bleiben, ne? Der soll schick bleiben, der gute Junge. Ja. Eins, zwei, hopp! Hopp! Geil, geil, Männer. Na, da hast du jetzt ein paar Nadeln im Rücken, aber... Noch mal ein Applaus für uns alle. Haha. Haben wir super gemacht. Haben wir am meisten gemacht. Finde ich toll. Ja, super. Mit Jesse müssen wir noch ein bisschen trainieren, aber ansonsten klappt das noch gut. Jetzt warst du toll gemacht heute. Wenn du den drinnen aufschneidest, hast du natürlich auch drinnen den ganzen Dreck, ne? Ja. Das ist ein Staubsauger. Was soll ich jetzt machen? Jetzt. Ich muss ein bisschen filmen. Hier muss er rein. Perfekt. Schicke Schuhe. Hey! Das sind deine. Steht wie eine Eins. Willst du Wasser jetzt reinmachen? Ja. Wollte ich auch machen. Kabellose Kerzen. Besser als alles vertüddelt. Mama, da müssen jetzt erstmal überall Batterien rein. Du musst doch was sagen. Wir haben einen neuen Tannenbaum gekauft. Drück auf. Ja. Drückst du? Ja. Ja. Sehr gut. Die Lichter sind schon mal dran. Wieder ausmachen? Super. Nochmal an. Super. Es ist auch einfache Större. Haha. Die Kinder sind jetzt im Bett. Wir müssen jetzt schon mal ein bisschen vorschmücken. Sonst schaffen wir das zeitlich nicht. mit Schule und Training und Auswärtsspiel. Deswegen kommen jetzt ein paar Kugeln schon dran. Und den Rest machen wir natürlich mit den Kindern zusammen. Das machen wir nämlich eigentlich immer mit den Kindern zusammen. Aber irgendwie ist dieses Jahr sehr wenig Zeit. So, jetzt müssen wir noch die aufhängen, wo unsere Namen draufstehen. Vorsicht, schmeiß die nicht runter, Divi. So, Papa, hast du die Anhänger? Ja. Hier? Aber vorsichtig, ne Divi? Wo ist deine Kugel? Ich kann es umbogen. Wo ist deine Kugel? Komm her, Divi. Komm her, Divi. Divi, komm her. Divi, komm her. Divi, komm her. Wo willst du die Hände haben? Da. Willst du die Hände haben? Ja. Komm her. Dann machen wir hier so etwas auf. So, okay. Gib die, Papa. Der hängt die mit euch auf. Mama, darf ich hier ein Wasser? Ja. Ist das Plastik oder auf Glas? Das ist, weiß ich nicht. Mama, darf ich die von Darlene auch essen? Nein, das ist nichts zum Essen, Schatzi. Das ist zum Anhängen. Guck mal, das hat Divi in der Kita gebastelt. Guck mal, das hat Divi wie in der Kita gebastelt. Oh, ein Glitzerpferd. Hier, Papa, das musst du noch aufhängen mit Divi. Das hat Divi in der Kita gebastelt. Dann. Mama, wo ist noch meine? Wie so tolle. Das wackelt alles. Der Spiegel ist gestern zu sehen. So. Tadaa. Tadaa. Aber eigentlich müssen die noch ein bisschen kürzer, oder? Das ist schon qualitativ. Naja. Tschüss. Jingle Bells. Jingle Bells. Jingle Bells. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Das war ein YouTube Video. Mama. zu unserem weihnachtsbaum er steht ich bin froh dass er steht und so schön funkelt wir fliegen ja am 25 in den urlaub deswegen haben wir ihn jetzt schon aufgestellt damit wir ein bisschen was davon haben und ja ich bin gespannt wie er aussieht wenn wir wiederkommen folgt unserem kanal abonniert unseren kanal sagt man glaube ich auf youtube gibt uns einen daumen nach oben ja auf jeden fall und dann kommt auch hoffe ich ganz bald wieder ein neues video die wie lass mal den baum und noch schöne weihnachten genau